So, have fun, hier ist Davoram und ich bin in Hogwarts Legacy und ich möchte euch einen kleinen Trick zeigen, nämlich wie man die Zeit vergehen lässt und deswegen gehe ich hier einmal in das Kartenmenü rein und wir sehen hier im unteren Bereich das F wie Warten und das ist so ähnlich wie wir es aus Assassin's Creed zum Beispiel kennen, wo wir meditieren können und dann im Prinzip die Tag- oder Nachtzeit eingeläutet wird. Ich gehe einmal hier auf F und hier wird gerade das erwähnt, was ich schon gesagt habe und wenn ich jetzt das mit Leerzeichen, also mit Space bestätige, dann vergebe die Zeit schneller und ich habe das dann spontan Abend. So und wenn ich jetzt wieder einen Tag haben möchte, dann kann ich natürlich wieder zurückstellen auf Tag, das heißt ich gehe wieder auf M, drücke die Taste F hier im unteren Bereich und sage Ja und ich bin wieder in der Tageszeit angekommen. Also hier ein kleines Video, wie man die Zeit schneller vergehen lassen kann in Hogwarts Legacy. Gefällt euch das Ganze? Denkt dran, über ein nettes Abo würde ich mich natürlich freuen und ihr bleibt auf dem neuesten Stand. Ciao, ciao, have fun, euer Abonnierst, die Mist hier auf meinem Kanal.